Also, laut Karte kommt in etwa fünf Meilen ein Billabong. Wie im Paradies. Was arbeiten Sie, Sir? Ich schieße Schädlinge. Wilde Tiere. Schweine, Hesel, Kamele, Touristen. Ihre Familie wird vermisst. Sie hat eine Schusswunde. Es war ein Mann. Wieso hat er sich uns ausgesucht? Die Menschen machen die verrücktesten Sachen da draußen. Ich verspreche euch, ich werde ihn finden. Und er wird bezahlen. All diese Menschen hier werden vermisst. Die Leichen wurden nie gefunden. Vor allem Touristen. Derselbe Mörder. Dieses Land ist zu groß. Okay, du wirst sie nicht finden. Ich muss dahin gehen, wo er hingeht. Sie hat immer nach so einem Typen mit einem blauen Truck gefragt. Du hast einen Dämon gesehen. Ich suche eine Freundin von mir, eine Amerikanerin. Lange blonde Haare. Sieht nicht schlecht aus. Was hast du mit ihr vor, wenn du sie findest? Gute Frage. Das Mädchen ist in großer Gefahr. Du musst hart im Leben sein. Zehnmal härter als die und hundertmal härter als du dich fühlst. Wen suchst du wirklich hier draußen? Wir haben viele Dämonen hier draußen. Was wirst du mit deinem machen?